Und damit willkommen zurück zu Hellblade 2. In der letzten Episode haben wir ja mal eine kurze Begegnung gehabt mit dem Riesen, also dem Gott und haben hier zwei Riesel gelöst. Ich gehe davon aus, es kommt noch eins und dann treffen hoffentlich die Leute, die wir suchen und die helfen uns dann hoffentlich mit dem Riesen. Mal gucken, hab jetzt wieder Ruhe und es wird weitergespielt. Ich kann es noch nicht hören, dass ich nicht verletze, die Schmerzen, die Schmerzen, die Schmerzen, die Schmerzen, die Schmerzen, die Schmerzen, die Schmerzen. Eine Person mit 3. Gest canvi, Feeling. Was bedeutet? Es ist eine Sase. Votz Desagen ist. Ja, sie kann ich glimpse. Sie kann. Wir können. issezben. Sie setzen uns ab. Sie müssen sie jetzt. Over da. Ja, es kommt von da unten. Der Meer. Wie ein Schicht. Du kannst die Reflektions sehen. Die Welt im Hintergrund. Das ist ein Sign. Steht. Ich QuietsANA, das ist klar, dass uns die Treppeije sind. Der. Es tut mir leid. Sie fragen dich. Sie sind diejenige, Senua? Sie müssen sie sein. Die Leger ist hier, auch. Schau mal das Wasser. Es fühlt sich so tief und schmerz. Sie versuchen uns zu retten. Sie versuchen uns zu retten. Sie suchen uns zu retten. I'm scared. I don't like it down here. Give it back to them. It's theirs. We can see your darkness. You can't see. We will kill you. Like the other, like the others. Droika, Droika, why are they here? Were they seeking the hidden? This is not a good sign. What were they doing here? They will kill you. If they find you, they will kill you. I don't want to die. I don't want to die. I don't want to die. No, no! No, no! Get me! No, no! Do not die! No, no! Don't die! Stay there! Geht'st! Was ist das? Das ist sehr gefährlich. Sie sagen dir, dass dieses Ort ist gefährlich. Sie sind sicher, Sie wollen weitergehen? Kannst du das tun? Sie ist nicht bereit. Sie sind stark genug? Sie sterben hier. K Boo! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Find us. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Her heart has brought her to this place, chosen, special. But will she be enough? What will they ask of her? Can she give it? They said it. Once again, she is leaving the sun, leaving the world. She has always been afraid of the dark, she has always been afraid of the dark. She has promises to keep, she will not let them down. Where are we going, where are we going, where are we going, Senua? I have a bad feeling about this. I don't like this. I don't like this. I don't like this. What were they looking for? What were they looking for? I don't like this. Trust yourself, Senua. Still nothing special. It was a dream. It's getting smaller. Where is it taking her? Everything you have done has brought you here. To nothing? Nowhere. Maybe your father was right. Maybe you are nothing. Maybe you will die here. Just like the others. No one will remember you. You will be nothing. No. What? A light. There is a light at the end of the tiles. Be careful with your torch. Don't let the torch die. If the light goes out, we will be lost here forever. Did they have to fight? She needs to be careful. Careful, Senua. Oh. 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 The Scalds speak of how Grettir, now an outlaw, took rest on the island of Haramsay with a man called Audun. Grettir saw a great yellow glow like a fire rising from the ground. Audun told him it was coming from the burial mound of Kar the Old, who ever since he died had haunted the island, and warned him to stay away. He dida, the He dida. He dida Siuah Lee, the He dida Siuah Lee, transparency Ja, das fühlt sich richtig. Die Farbe ist schön. Es hat etwas zu zeigen. Es hat etwas zu zeigen. Es hat etwas hier zu finden. Findet es. Trust yourself. Die Farbe ist schön. Die Farbe ist schön. Es ist nicht wie Feuer. Es ist wie Feuer. Es ist schmerzend. Was bedeutet diese Farbe? Es bedeutet etwas. Es ist nicht einfach. Es ist immer noch schmerzend. Es ist immer noch schmerzend. Es ist nicht einfach. Es ist nicht so schmerzend. Sie haben die Analyse verloren. Was waren sie für? Was haben Sie für mehr Schmerzen? Und mehr Schmerzen? Sie ist verloren. Sie ist verloren? Was ist das? Es ist nur hier. Es shining. Oh, ja. Es ist ein Licht. Sie hat sich verloren. Aber jetzt ist sie. Sie sind hier. Die Sejungen Farbe sind immer hier. Sehen, hinten unten. Was könnt ihr sehen? Was könnt ihr sehen? Da geht es so weiter. A Tür. Es ist es zu。 Colors, shifting, moving, changing, means something it must be. And yet more darkness. More rock. Light there. Beautiful. Entrancy. What does it mean? It must mean something. There's something to be done here. What's to be done? To do. Find out. Yes, she found a way. Sometimes things hide in the darkness. Sometimes they hide in the light. In this place, they know that sometimes the hidden frogs will take their children. And leave another. These children may look the same as their own. But will be dazed. And far away. Or ill-tempered. And you know then, you have a changeling in your house. Follow the light. Follow the light. Let's stop now. Oh, look. Oh, look. The bodies of those they have taken. That could be you, Sen. Oh, look. Deeper and deeper into the earth we go. This could still be a trick. It could still be a trick. It could still be a trick. You could be lost here forever. Endless. Endless darkness. I can't breathe. No, Senua, no. Turn around. Wait, listen. What was that? Poisons. Is it them? Are they telling us? What are they telling us to do? There's only one way to find out. Water. Water everywhere. This must be a special place. Senua, you have to get out of here. You could still die. There is something, something here. You can feel it. I can't see. You can feel it. It feels... ...wrong. The dead. Suffering. Was it? Pain. Yes, light, look. Left alone in the darkness. Light, like before. Did you do that? Go under. Put the torch down. What was it that you felt? It felt like... ...something dark. How much longer can we survive down here? I can't. Did you feel that? Something dark. It felt like moving or not moving, but... I don't know. Something is here. Something is not right. Wait. Get out, Senua. I'll keep your torch high. I'll keep your torch high. I'll keep your torch high. Something is in here. Through there. Where is the burning? I'm just gonna be that in here. This is where you move, now. I'm going to find, like, that's enough technology. What? You know what? You can drive... Where is the house? Where is the house... What? I am going to create. You know what? Es ist ein Weg zu finden, Zengwar. Wo ist es? Es ist immer noch schwierig. Du musst es finden, Zengwar. Es muss etwas anderes finden. Ein Weg, ja. Ja, das ist richtig. Die Licht wird die Weg. Will es? Du musst es信gen. Das ist ein anderes Kind. Was können Sie noch tun, als es信gen? Sie hat eine Wahl. Manchmal braucht es die Licht. Aber manchmal braucht es die Licht. Manchmal braucht es die Licht. Aber manchmal braucht es die Schmerzen. Sie hat ihn gesagt. Ich hatte es nicht. Was ist das? 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 Ihr schreckt, Ihr schreckt, Ihr schreckt, Ihr schreckt. Turn your face to them and open your eyes. You can only hide for so long, and then you must take the plunge. There is a path, yes. Follow it. A path of light. A path of light. Do you want to go there? Come on. Why did you leave me? No! Nothing! 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 Why did you say it was right? Why did you say it was right? The time is now. There is no other way. Put your head under water and take a deep breath. Where did you leave? Where did you leave? What are you doing? Ah! Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Sie müssen durchlaufen. Du musst. Nein, das kann nicht sein. Das ist die einzige Art. Sie müssen durchlaufen. Geht durchlaufen. Ihr habt nicht gesagt, du kannst. Es ist okay. Kann ich das? Ich bin ein Fähler. Wir sind fertig mit dem jetzt. Wir sind fertig mit dem jetzt. Wir sind fertig mit dem. Ask sie, wenn es genug ist. Ich bin ein Idiot. Wieder wieder. Einige Dinge können nur alleine sein. Nein, einige nicht. Es ist nur ein Kuss. Wer ist das? Wer ist das? Ich dachte, wir waren alleine. Ich dachte, wir waren alleine. Ich dachte, wir waren alleine. Was ist das? 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 In der Ende. Die Lie ist der Beginn. Mach deinen Weg. Und du bist befreundet. Rewardet? Und wenn wir nicht unsere Weg machen? Sie werden uns töten. Nein. Ja. Ein Lichter. Ein Lichter. Was sagen sie? Was sagen sie? Was sagen sie? Was sagen sie? Was ist das? Sky. Beautiful. Wie ist es möglich? Well, Too deep for this kind of... Beauty. Abrasier. Light it. Light it with your torch. They found their path. We need to find our path into that cavern. We have to get there. Look. Another opening. How do we get to it? She doesn't know. She doesn't know. You need to find our path into that cavern. It's another test. Don't trust it. You need to prove yourself. She needs to prove herself. She needs to show them that she is worthy. She needs to show them that she is worthy. She is worthy. Are you worthy of her thoughts? Are you? The way is blocked but... Es kann sich verändern. Veränder die Welt und machen deinen Weg. Machen deinen eigenen Weg. Sie testen uns noch. Sie testen dich. Sie lachen dich. Sie können alles sehen, was du machst. Sie können alles, was du machst, was du machst. Noch ein Test, noch ein Test, noch ein Test, noch ein Test. Mein Mann, mein Mann. Gehen die Flamme. Was? Was? Think, 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 think. You need to think. She needs to think. Listen to this place. This place where you belong. The beauty of it. You know what to do now. What if it's not right? You can feel that it's right to trust yourself. Hmm. There is always doubt. This is what it feels like when you're in the right place. You know someone. Yes. That's it. She does know. Look. The path. It's there. She knows. She understands. Yes. She knows. She can't. You can't. The torch. Give it to me. The torch. It's all she knows. She can't give it to them. You'll be trapped here forever. You won't be able to see. She's trapped. Stupid. Stupid. You need a torch. You can't do anything without your torch. You can't do anything without your torch. You're trapped here now forever forever forever. Think. There must be a way through. That figure. Huh. Yes there. A path. You can do this somewhere. Wisdom. Lights. Beyond. She has to find what is hidden. We need to get to the other side. Change the rock. Light. Light everywhere. There is a path to find somewhere. Is it? Always the most difficult way to go. You are doing it somewhere. You see it. Thank you my heart. Yes. Look at the rock. What is it? What does it mean? Yes. There. A path. There it is again. That figure. What is it doing? The torch. There. The past is never one. No one has ever been here before can feel it. Unlike anything you've ever known before. She is the first person to get this deep. Up. This far. It is. Not anymore. No. In front of you. Shhh. A path. It's open. It's open. Can she get through now? Can you get through? What is lost? What's wrong? We are letting us know. We are close. Remember what they say. Reward it. Reward it. With wood. We haven't passed the test yet. Over there. Where? The cave. Back to the beginning. Now what? No. She has to get over there. Go. There. A path is open. Can she get through now? You will find a way out. Trust yourself. Trust yourself. The way will find you. The path will find you. No. Watch. It begins. You know what makes you safe. A torch doesn't make you safe. The sword does. The light does as well. Let's go to the canon. Okay. Ich glaube an der Stelle machen wir mal Schluss. Ähm. Ich weiß jetzt was im Test bei dich gemeint worden ist, dass die Story manchmal so ein bisschen ein Durchhänger hat. Von der Erzählweise. Und die Passage glaube ich ist so ein Durchhänger. Es ist jetzt nicht schlecht was da drinnen passiert. Es ist immer noch super atmosphärisch. Aber es ist auch irgendwo seicht. Es passiert auch nicht wahnsinnig viel. Obwohl. Ja. Gerade das. In den Tunnel wo wir hier drin gewesen sind ist optisch Hammer ausgesehen hat. Alles mit dem Wasser. Aber. Ja. Es ist gerade so ein kleiner Durchhänger. Ich gehe mir davon aus in dem nächsten Part wird sich das wieder ändern. Wenn wir dann beim Volk sind. Aber. Cool gemacht. Und. Ja. Die Rätsel. Sind halt. Überhaupt nicht schwer. Mal kurz nachdenken. Und dann. Weiß man eigentlich was Sache ist. Wenn es euch gefallen hat. Lasst euch einen Daumen nach oben da. Und dann. Sehen wir uns schon bald. In der nächsten Episode. Ciao. Ja. Liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen. Wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt. Wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel. Findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload. Hier oben. Und wer möchte. Kommt auch auf unseren Discord Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten. Lasst ein Abo da. Und. Dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.